Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Nachmittag in die Runde. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Es hat alle gut in den Tag gestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 42.000, knapp 100 US-Dollar. Es sieht relativ gut aus. Trotzdem bleibe ich bei meiner bearischen Prognose. Warum, wieso, weshalb, werden wir gleich darüber nochmal genauer sprechen. Ansonsten lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr immer eine Benachrichtigung haben wollt und darauf Bock habt, dann aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr wirklich gar kein Update mehr. Ansonsten, wie gesagt, momentan bei ungefähr 42.100 US-Dollar. Wir haben jetzt nochmal einen Mini-Pump gesehen, sage ich jetzt mal. Also Volumen absolut miserabel. Wir sind jetzt hier in dieser 4-Stunden-Supply-Zone angekommen. Der 200er EMA liegt hier auch noch in dieser Zone. Ihr seht hier dieser gelbe Strich. Wurde jetzt getestet, beziehungsweise getestet momentan. Erste Reaktion kam schon nach unten. Wir haben einen relativ hohen RSI. Also auf dem 4-Stunden-Chart gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Deswegen bleibe ich weiterhin bei meiner, in Anführungszeichen, bearischen Prognose. Dass wir wirklich hier nochmal einen Reversal nach unten kriegen könnten. Vor allem in diesem Bereich von 39.600 US-Dollar möchte ich nicht ausschließen. Halte ich auch weiterhin für möglich, um dann mit neuen Schwungen nach oben hin zu gehen. Was wir jetzt noch ein bisschen beachten müssen, ist vor allem morgen ist mit der Powell-Rede, also von der Fed. Mal schauen, was da wieder rauskommt. Und ob es jetzt die Zinsen, nachdem die Inflationsdaten ja noch höher sind, aber wiederum ja genauso prognostiziert wurden. Ob es da dann noch nochmal zu einem größeren Drop geht, bin ich weiterhin davon überzeugt, dass weiterhin die 37k möglich ist. Ich möchte es sich ausschließen. Ich wurde auch gestern in den Kommentaren darüber gefragt, wo sind denn jetzt die 37k? Leute, es kann jederzeit passieren. Ich habe nur dazu gesagt, meine Long-Position bleibt offen mit einem Stop-Loss darunter, beziehungsweise in dieser Region, wo ich nochmal aufstocken würde. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir hier einfach nochmal runtergehen, um noch ein paar Stop-Losses zu killen. Einfach um nochmal einen kompletten Reset zu machen. Übers Wochenende vielleicht ein bisschen zu konsolidieren und dann in der neuen Woche mit einem neuen Pump zu starten. Wir haben nächste Woche News durch diesen Spot-ETF, der in Australien gelauncht wird. Der erste wirkliche Spot-ETF, glaube ich, der wirklich gelauncht wird. Könnte dann auch nochmal so ein Selden-News-Event werden. Deswegen diese ganze Bewegung hier momentan. Überzeugt mich nicht wirklich, wenn wir jetzt wirklich hier ein bisschen Fantasie noch spielen lassen. Können wir natürlich auch sagen, okay, wir bilden hier so eine Art Falling Rage auch noch. Rising Rage, sorry. Ja, ist alles mit drin, sage ich mal, was hier so möglich ist. Deswegen lieber nochmal ein bisschen bearischer denken, sobald wir die 42.400 US-Dollar wirklich knacken und auch eine Bestätigung auf unserer ehemaligen Widerstandszone sehen. Ja, dann haben wir eigentlich nur noch den letzten Widerstand, das sind die 43.500 ungefähr. Hier liegt der 200er SMA, der Monats-Pivot und wenn wir da dann drüber kommen und da eine Bestätigung sehen, mindestens auf dem Daily-Chart, dann werde ich wieder etwas bullischer. Ansonsten 39.600 sind weiterhin drin, plus die 37k. Das sind die Zonen, die ich momentan im Auge behalte, auch für mögliche neue Long-Positionen. Also, jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den Altcoins, wie gesagt, Bitcoin erstmal abgehackt, Korrektur möglich, RSI übergekauft, Volumen nimmt deutlich nach, also erstmal ein bisschen nochmal beiseite. Trotzdem, übergeordnet sind wir weiterhin bullisch, solange wir die 37k nicht durchbrechen. Gehen wir ganz kurz zu den Altcoins, oder was heißt ganz kurz, gucken wir uns ein paar an. Ethereum, momentan genau hier am 200er SMA, wichtiger, wichtiger Widerstand, also hier wird es extrem wichtig, dass wir hier drüber kommen. Bestätigung weiß ich nicht, ob hier wirklich nochmal dann erfolgen könnte, ansonsten relativ flott kann es jetzt hier in Richtung 3300 US-Dollar gehen. Ihr seht es hier drüben, noch eine kleine 4-Stunden-Supply-Zone, die hier auch noch genau am 200er SMA liegt und am 0382, 400er Retracement Level. Danach kann es relativ flott in Richtung 3300 US-Dollar gehen, das ist dann so die Marke, wo ich dann bei Bitcoin sage, okay, 43005 ist dann diese Marke, die nochmal erreicht werden könnte, relativ schnell. Bevor wir dann auch hier nochmal eine mögliche Korrektur kriegen, vor allem wird es dann wichtig hier sein, diesen Bereich zwischen 3070 und 3040 US-Dollar zu halten. Ansonsten haben wir gestern schon drüber geredet, 2950 und 2870, das sind momentan die Bayerischen Preisziele. Ganz, ganz tief runter wäre dann nochmal 2760, aber so weit denke ich nicht, das wäre dann die Zone, sage ich mal, die bei Bitcoin dann die 37k entsprechen würde. Deswegen vorläufig Push nach oben, kleine Korrektur vielleicht nach unten, dann müssen wir gucken, was macht Bitcoin, vielleicht ist es dann erst morgen der Fall, wegen dieser Rede und dann schauen wir einfach in die nächsten Tage hinein. Wie gesagt, kurzfristig 3,3, dann vielleicht Korrektur in diesem Bereich 2940, worst case kurzfristig, längerfristig weiter in die 2700 US-Dollar, passable. Gut, dann schauen wir uns Altkunst an, ADA jetzt auch ein bisschen, sage ich mal, Schwung nach oben, aber auch hier relativ das gleiche Chartbild, sage ich mal, auch hier, wo wir Mögliches, Mögliches in Anführungszeichen, Rising Wedge momentan bilden, ist zwar nicht das Schönste, aber trotzdem behaltet es im Auge. Wir haben auf jeden Fall hier noch ein bisschen Luft nach oben hin zu steigen, auf jeden Fall. Volumen abnehmend, RSI auch relativ weit oben, wir kommen jetzt hier wieder in diese Widerstandszone bei ungefähr 1 Dollar, wo wir es beim letzten Mal nicht mehr richtig hoch geschafft haben und rejected worden sind. Also behaltet es auf jeden Fall mal im Auge, das Golden Pocket wird auf jeden Fall nochmal brechen, denke ich, sobald wir hier nochmal runtergehen, also es wird nicht standhaft sein, dann wird es eher interessant, ob wir unser letztes Tief hier unten bei ungefähr 0,87 Dollar noch halten können. Ansonsten, ADA, Luft bis in die nächste 4 Stunden Supplyzone, auf jeden Fall bis 1,01 Dollar und da wird es dann interessant, werden wir rasant wieder abverkauft, können wir uns hier oben stabilisieren und vielleicht noch einen Push nach oben hinkriegen. Aber gut, wird sich zeigen, Rising Reg im Auge behalten, sollte dieses Rising Reg in, sag ich mal, invalide werden, also nicht mehr valide sein, sondern invalide, dann auf jeden Fall das Preisziel 1,01 Dollar und dann auf jeden Fall die Reaktion bei 1 Dollar erwarten. Das wird extrem wichtig, ist die psychologische Marke, kennt ihr ja schon, wenn ihr schon auf meinem Kanal unterwegs seid, extrem wichtig. Gut, dann hat sich Rexy noch Filecoin gewünscht, schauen wir uns jetzt auch mal an, auch hier würde ich erstmal sagen, okay, eigentlich ein schöner doppelter Boden, wir hatten unseren großen Pump, hatten sofort wieder diesen Abverkauf, konsolidieren jetzt hier ein bisschen. Also ich sehe hier auf jeden Fall noch Luft bis in den Bereich von 21,25 Dollar, 200 der SMA liegt in dieser Region, Volumen abnehmend, RSI könnte bis dahin sogar noch ein bisschen höher steigen, aber auch hier sehe ich eher nochmal eine Korrektur, je nachdem, wenn sich Bitcoin dann auch nicht halten sollte, eher nochmal eine Korrektur nach unten hin sehen. Ansonsten, dieser WIG hier könnte auf jeden Fall noch gefüllt sein, ihr seht es hier, ganz schön, dieser WIG hier oben, den meine ich, könnte auf jeden Fall noch gefüllt werden, würde auch ungefähr bis 22 US-Dollar passen, was wir gerade angesprochen haben. Also behalte auf jeden Fall mal, RSI, diesen Bereich hier im Auge zwischen, was haben wir denn hier gesagt, 200 SMA, 21,25 bis dieser WIG hier oben, 22,16 Dollar. Wer dann im Trade ist, auf jeden Fall Profite rausnehmen, beziehungsweise hier oben dann mal den größten Teil schließen und dann auf die Reaktion abwarten, dann wird es interessant, ob wir den 200 SMA halten können. Und erst dann werde ich bei den Altcoins relativ bullish, sobald wir den 200 SMA nachhaltig wirklich halten können. Gut, schauen wir uns auf Phantom an, Phantom habe ich gestern einen Trade aufgemacht, bei ungefähr 1,17 Dollar, also hier unten in dieser Region, erst einmal Stop-Loss mittlerweile Entry, 50% ist raus, einfach zur Absicherung, weil ich dem Markt noch nicht traue. Ihr merkt, ich bin noch nicht so Altcoin-Fan momentan, deswegen lieber mal ein bisschen Seitenlinie ansonsten. Phantom übergeordnet, schönes W-Pattern, sage ich jetzt mal, also schöner eigentlich doppelter Boden, was wir hier erkennen können, aber trotzdem ist es noch ein bisschen früh. Also wir können hier immer noch trotzdem nochmal einen Rücksetzer nach unten hier kriegen, vor allem dieses kleine Voigt hier unten bis 1,11 Dollar, wird relativ interessant werden bis ungefähr 1,09 Dollar, also halte ich nochmal für möglich, einfach um vielleicht nochmal hier unten nochmal ein höheres Tief zu bilden, um dann wirklich den doppelten Boden auszubilden. Und das ist aber langfristig, sage ich mal, gedacht. Also es ist nicht kurzfristig, wo ich jetzt sage, okay, wir pumpen jetzt hier in Richtung 1,70 Dollar und danach geht es straight in Richtung über 2 Dollar, sehe ich momentan noch nicht. Wir haben diesen Downtrend erst einmal gebrochen, wir haben hier unten diesen schönen doppelten Boden erst einmal gebildet, erstmal ein gutes Zeichen, trotzdem kurzfristig nochmal, auch aufgrund des RSI und des Volumen, was wir hier unten sehen, ist nicht schon diese Trendwinde eingeleitet. Deswegen vorsichtig weiterhin im Markt sein und nicht überstürzt. So, jetzt noch zum Schluss, XRP weiterhin unser Golden Pocket drin, also ich möchte es hier nicht ausschließen, wir haben uns jetzt wieder hier im Pump auf dem 4 Stunden Chart, auch mit den 4 Stunden E-Mail Ribbons, trotzdem traue ich einfach momentan XRP noch nicht wirklich über den Weg. Wir hatten jetzt nochmal so einen kleinen Pump hier nach oben, Korrektur und jetzt wieder dieser nächste Pump, es sieht für mich trotzdem eher so aus wie nochmal so ein kleines Doppeltop-Volumen abfallend. RSI hat zwar noch Luft nach oben, aber trotzdem, ich traue XRP momentan nicht über den Weg. Dieses Void möchte ich noch gefüllt sehen, in das Golden Pocket ungefähr 0,75 Dollar max und dann einen schönen Pump nach oben sehen. Das ist so das, was ich mir vorstelle, aufgrund dieses Voids, aufgrund des Golden Pockets in dieser Area und dann können wir langsam, aber sicher nach oben steigen. Ansonsten weiterhin erstmal eine kleine Korrektur in diese Zone hier, auf jeden Fall diese grüne Box behalten wir im Auge und dann können wir nach oben steigen. Gut, dann zum Schluss noch ganz kurze News, die ich immer noch nicht aktualisiert habe, weil ich einfach zu faul war. Der Wolf of Wall Street bietet Kryptokurs an. Könnt ihr euch gerne angucken, Geschichte von Jordan Belfort, ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat, ich kann ihn nur empfehlen, richtig geiler Film. Lest euch den Artikel durch, ich stelle ihn euch später auf jeden Fall noch in Telegram-Gruppe, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Nachmittag. Wir hören uns auf jeden Fall morgen Nachmittag wieder und morgen nicht vergessen Livestream-Zeit wieder, Donnerstag ist schon wieder Donnerstag, krass. Freue ich mich auf jeden Fall für jeden Auftrag, lasst dem Video ein Like, abonniert den Kanal, kommentiert unten fleißig, wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, jetzt können wir langsam wieder ein paar Altcoins angucken. Für die, wo ich vergessen habe, tut mir leid, schreibt es einfach unten in die Kommentare rein, sorry dafür. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder und ich bedanke mich fürs Zuhören oder Zuschauen. Bis morgen, ciao, ciao, stay crypto. Los, bo